Und wir sollen da runter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Kein Töpfer. Das ist schlecht. Ich habe das Gefühl, das war ein Schritt zurück. Dann war es auch. Mist. Ob ich neu starten, heißt hoffentlich nicht das Ganze von vorne. Doch, so ziemlich. Alles klar, lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, so lange sie redet, du blittern. Das ist immer so... Los, los, los! Geschafft! Gut gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? So wird es klappen. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das, lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Erkenn ich doch schon... Du musst auf ihn warten, erkennt er schon mal. Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Wahrscheinlich schon. Nicht denken, rennen! Nicht denken! Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über... Gute Motivation. Ich sitze fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünde ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. So, jetzt geht's! Jetzt! Komm schon, na los! Ach, Dreck. Nein! Amicia! Äh, 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 äh. Ja, scheiße, ja, scheiße, ja, scheiße. Ja, komm, jetzt mach doch ab. Ich will nicht nur... Ich, 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 ich... Warum? Meine Fresse. Ich habe sogar schon die richtige Amts gewählt. Und dieses Spiel manchmal. Grrrr. Dann halt noch mal von vorn. alles klar lässt sich komplett drin waren ja schon bis dahin also checkpoint verteilung auch mal wieder wenn wir dort hinten waren ein checkpoint wirklich mal mehr anbauen können also ich weiß ja auch nicht das war ja gerade einfach nur gescheuert gut gemacht und wie komme ich jetzt zu dir rüber so wird es klappen weil der verdammte ding nicht mehr im panzen du schaffst das lauf einfach weiter nicht denken rennen das gut man kann sich weiter wenn du bist ziemlich schnell danke es geht nichts über gute motivation so jetzt geht das ding ja komm schon na los jetzt geschafft übrigens ich mag dein kampfschrei danke damit kann ich schneller rennen glaube ich fast geschafft durchatmen ich versuche es stock was machen noch mal durch gut wir sind fast da ich hoffe in marseille ist es besser wenn der orden ihn in die finger kriegt ist es zu spät die sind nicht alle wie vodoro amicia das risiko können wir aber nicht einsehen das schaffst du nicht aber so Amicia, ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Sie stehert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist es nicht. Du bist völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Ja. Lukas, ich brauche deine Hilfe. Sofort. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Ja, kann ich halt nicht. Und wenn wir mit der Fähre nicht dankkommen. Dann wie. Ich glaube, der Karren steht im Weg, Amicia. Der ist ja im Karren. In den Planken. Hier ist ein Loch. Hier ist es zu steil. Er rollt weg. Schaffst du das, Lukas? Klar doch. Na, fantastisch. Alles in Ordnung? Alles, alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Tut mir leid. Und da liegt mir gleich ein Weg. Wie das blockiert. Oh, nein. Bitte nicht. Nur tut mir leid. Ich muss, bitte. Verzeih. Es muss leider sein. Warum können wir denn da jetzt nicht... So, versuch's jetzt mal. Dass die Tiefe des Wassers ist. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Kanzerl. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Warum können wir da nicht... Ja. Puh. Wenn ich durch Wasser habe, bis wir es erwarten. Auf der anderen Seite. Hier wird es dann drastisch tiefer. Oh ja, geht's hier unten hoch? Oh ja, geht's. muss ich den Bänisch muss ich den Bänisch muss ich den Bänisch stammst du gern durch Leichensund ah hier alles in Ordnung endlich Luft lass die Zeit sag mir Bescheid du kannst aufhören tut mir leid Amicia ich hab Angst ach nein es ist nicht deine Schuld Marseille wird dir gut tun Hugo ich will nicht zum Orden gehen ich weiß Magister Baudin war nicht nett aber diesmal wird es anders seine Inselmutter nicht jetzt Amicia na gut das ist richtig am Arsch alter so die Kette muss weg auf welche Weise auch immer ich suche schon am Arsch alter hier muss doch etwas sein hier muss doch etwas sein hier ist nichts ja ah ich hab ne Idee das war ne schnappste Idee das war ne schnappste Idee mir gehts gut hätte mich nur fast vermalmt wie soll sie zurückkommen die Kette ist weg aber die Portons auch ich docke an der Schleuse bei der Brücke an Lukas kommst du dahin irgendwie bestimmt alles klar bin unterwegs sei vorsichtig pass auf dich auf ja 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 wie denn ist doch egal was mit mir ist hier gehts nur um Ugo Mutter ich weiß du vertraust mir nicht aber hör ihm bitte zu beruhige dich konzentrier dich mit wem hat sich ja geredet das hat nicht laut genug gesprungen dass die Mutter hier sie hören kann Himmel das nächste Schlamassel wie komm ich darüber ganz ruhig du bist aufgeführt und du weißt warum die Insel denk jetzt nicht dran bleib konzentriert ich hab von der ersten Minute an gesagt als diese als diese Runde ins Spiel kam dass das keine gute Idee ist dass sie wieder so eine vitales Geschichte wird ist Lukas noch nicht bei dir? Nein! Wir sehen ihn nicht mehr! Aber was macht er denn? Zu hoch! Ich brauche noch einen Karren da ist noch sehr viele Ratten da drüben ich komme erst da hin jetzt müsste ich zurückkommen ah den Karren komm her! ich brauch dich! ich muss wieder klettern der andere Karren hatte die perfekte Größe so sollte es gehen was heißt denn der andere Karren? los geht's ah gut eine Insel finden und wie? vielleicht könnte ich Joseph fragen ganz diskret das geht das geht war ja schon immer der nicht der ganz ja das geht Hilfe! der Schande oh nein Arnos Männer lasst ihn in Ruhe ziel einfach und schieß mit dem Griff kannst du nachladen alles klar loslassen wie gefällt euch das? Lukas alles in Ordnung? ich ich zittere am ganzen Körper danke zu viele Ratten ich komme nicht zu euch hin Amicia mach ihm den Weg frei wie? repariere deinen Bolzen mit Ignifer Feuer auf irgendwas aus Holz dann brennen die Bolzen länger mach ich Lukas ich sag Bescheid wenn der Weg frei ist verstanden danke das sollte reichen der Weg ist schon fast frei so du kannst kommen ja brillant bin unterwegs wie geht es dir? gut mir ist zwar das Blut gefroren aber danke fürs Treffen das war die gleiche Gruppe wie in der Arena Amicia was ist in der Arena geschehen? und wer ist dieser Arno? er ist ein großes Problem fürchte ich wir müssen weg hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schreude du bist offenbar auf See geschickt wenn es um das Töten meiner Meinung geht ah der Postgegner des Spiels dann los jetzt deswegen können wir ihn noch nicht ausschalten ja netter Versuch das ist schlecht was ist los? schnell hör auf vom Ding in die was hast du mit dem Gewand hab dich nur verteidigt haltet das Wort auf Alicia komm zu uns rein nein ich muss Josef Deckung geben ich komm schon zurecht meine Entscheidung Mutter bleibt drinnen stört schon da rechts bin dabei ihr habt da nur gehört haltet das Ding auf ihr könnt uns nicht wer kommt jetzt wir müssen von hier verschwinden verdammt sie blockiert uns zünd den Karren an zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an äh 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 brenn jetzt brennt schon es dauert zu lang das dauert klingt nur so lange noch in die Broste zu gewinnen ja Schluss jetzt Mutter scheiße ja du hast die Schaffung die Gange getäntet das wollte ich nicht aber ich mach dieses Schwein an Nohaka bitte wie gefällt euch das das ist Wahnsinn Genau! Sag ihnen, dass sie so gut wie tot sind! Achtung und Feuer! Auf der Brücke sind Leute! Das ist ein Fischmord in der Hölle! Das ist für mich und meinen Bruder und allen anderen! Das war ziemlich beeindruckend, aber du solltest dich ein wenig beruhigen! Die Sträumung nimmt zu, weil wir aus der Luft raus sind! Bleib am Ruder und überlass sie mir! Nicht schlecht, Kleine! Die Armbrust ist wie für dich gemacht! Nein! Oh oh! Was ist geschehen? Du bist tot! Geh wieder rein und pass auf die Go auf! Und wer geändert hat! Oh, Dreckskerle! War zu schön, um wahr zu sein! Und die Armbrust! Und wer die Waffe! Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen! In Deckung schnell! Frey das Boot! Ja, aber wie! Nach oben bist du wahrscheinlich! Nach unten! Nach unten! Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Kein Wurzeln mehr! Wo ist meine Anführer? Wo ist diese Anno? Komm und kämpf! Wofür ist die Situation? Ich steff dich! Ich steff dich auf! Ich steff dir dein Maul! Ich steff dir dein Maul! Ich steff dein Eigengeweiden! Ich steff dir dein Maul! Wofür soll ich Bolzen nennen? Ich steff dich auch craften! Ich steff dir auch craften! Dachte ich mir. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ähm. Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Oh, es ist aussichtslos. Lauf! Du waltest doch, dass ich verletzt bin. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen. Schau dich an, so unvorberechtigt. Du bist gut enttöten. Das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Wie schnell hältst du mit der Rüstung? Gutes Motto. Ja, was soll ich denn machen? Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, bitte raus! Ach ja, danke. Nein! Nein! Fahrt zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Genau! Versteckte ich das Pass zu dir. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit! Erstmal atme! Ich schnapp mir ihre Familie, damit block ich sie raus. Kann ich vielleicht irgendwie Polzeln herstellen? Kann ich nicht. Wo ist mein Ständschneider? Lachen wir es kurz mit! Komm raus! Ich tue dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Ich kann gerade wirklich nicht anbleiben. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, das ist scheiße. Ich muss mir einfach fliehen. Ich weiß nicht, wie man Polzen herstellt. Ich schnapp mir ihre Familie, damit block ich sie raus. Nein! Dreckskerl! Kann ich nicht fählen zu? Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Nein! Ich bin zu weit weg! Nein! Hör sie nicht an! Sonst... Ja, warum... Äh, verwandt! Kein Schritt weiter! Oh, genug gespielt für heute? Jetzt ins Gesicht! Ich halte dir ein Spiel! Halt sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Rektion! Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Das ist ein dummer Aschloch. Na sieh mal an. Können die Koninkraften befehlen? Ja gut, das ist auch. Schnell hin dort. Warte. Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia. 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 Ich weiß, was sie vor hat. Amicia. Was tust du? Was, was tust du da? Wieder zu zweit mit Ugo. Spieß von Anfang an, doch. Wie wäre es, wenn wir in den See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Junge. Dr. Peter Petr. Yunge. EKG.